moin moin und herzlich willkommen zurück zu oblivion hören wir uns das einmal an was wollen wir uns anhören ja ich weiß nicht wie ich hier jetzt meinen ruf verbessern kann so damit ich hier ein haus kaufen kann ich habe das ding zwar gelöst aber irgendwas fehlt und ich möchte hier unbedingt ein haus haben und endlich mal zumindest ein gutes haus morgen wer ist das er ist wieder da ist mir ein vergnügen fahrt fort nicht momentan habe ich nichts für euch sprecht mit asan oder grokasch würzt es noch ein wenig dann nehme ich vielleicht etwas vielleicht seid ihr ja auch bereit für eine beförderung okay ich muss in den anderen provinzen fühle ich mich einfach sicher ich muss nicht provinzen in den anderen städten muss ich mal vielleicht eine quest machen wo war denn noch mal in anbiel oder stadt haben geto blicken haben wir abgeschlossen pferdeflüsterer anwiel haupt tor ich glaube anwiel war das eine reisen wir mal per schnellreise dahin dann haben wir vielleicht sogar schon unser pferdchen regeneriert weil fährt befindet sich in einem stall außerhalb des stadtfors gucken wir mal an die lebensanzeigen unseres pferdes der göttliche kreuzritter höchst selbst und was verschafft mir diese ehre ich habe gehört die handschuhe des kreuzritters seien aus der kapelle in koroll verschwunden ich habe gehört die handschuhe des kreuzritters seien aus der kapelle in koroll verschwunden ja sind sie wiedersehen wiedersehen ich mach mal man hier sagen das gewisse mitglieder da dieses gilt hier gilt ich hier wir brauchen jetzt erst einmal eine neue quest kann ich euch helfen mein bruder ein waffenspiel hier also ihr habt den orden der ritter der neuen wieder hergestellt dazu gratuliere ich euch heutzutage könnten wir mehr von eurem schlager gebrauchen ja habt ihr einen auftrag für mich schön zu sehen dass ihr noch mehr arbeit sucht es gibt sicherlich noch etwas zu tun ich brauche euch um elante von alinor zu helfen elante von alinor elante ist eine gelehrte die sehr am kult der bedra interessiert ist ihr findet sie in der bruch fels höhle helft ihr den schrein zu finden und beschützt sie das untersucht elante beschützt sie während sie es tut ok geht und beschützt elante sie ja wir gehen elante beschützen wer möchte denn schon mal kann ich euch helfen ne ich brauche keine hilfe ok elante müssen wir suchen hallo hallo ihr könnt mit schild und waffen ablocken aber schild zeigen und mike rennt da schon los wo muss ich genau hin hier bruch fels höhle ok es ist aber ein stückchen krass wie dunkel der himmel gerade ist wie spät haben was fünf uhr abends erst schon so schwarz ich glaube ich muss einen anderen weg daneben wie sieht es eigentlich mit unseren skills aus hier da müssen wir noch einmal besser werden und danach gehe ich erst mal vielleicht sind weichen auf dem boden ich weiß ja wie es legionspferd ich gucke noch mal auf dem map ähm was ist mit dem map los jetzt ernst was ist mit damit wenn ich hier jetzt reise schnell reise mache so sorry da bin ich wieder ja ein ganzer pc ist wegen obliegen abgeschmiert daher musste ich jetzt zum glück hat es hier gespeichert also wir sind immer noch hier auf dem weg ich weiß auch nicht was da jetzt genau vorgefallen ist also warum das jetzt abgeschmiert ist keine fehlermeldung oder so gar nichts es ist einfach nur abgeschmiert aber okay es gab auch sinn weil der himmel auf einmal schwarz war und dann auf einmal die map so weiß am leuchten daher ja keine ahnung was genau schuld daran war aber immerhin hatten wir ja automatisch nur gespeichert aber schon komisch ist das häufig bei irgendwelchen sowas da kommt maik und rennt auch wieder da wird ein weiter weg bleiben wir erstmal noch so komm den kriegen wir locker fertig hier zwei schläge wir gehen mal darum okay da sehen wir schon zelt also zelten wohl müssen wir da zu dem zelt war das so nee wir müssen nicht zum zelt die müssen zu der höhle was ist denn das eigentlich für ein zelt okay das sind banditen mehr könnt ihr ihr werdet mich nie besiegen soll ich jetzt etwa okay das nehmen wir mal mit nehmen wir auch mal mit diesen wertvoll das ist wertvoll die anderen nehmen wir mal nicht mit daten nehmen wir auch mit waren zylinder so jetzt müssen wir uns aber erst mal wieder heilen und da einfach noch ein wolf dazu okay ist nur ein banditencamp braune kanne braune kanne und dann hier reicht nicht aus und dann machen wir das einmal komplett voll machen so 100 punkte 75 magiker aber so üben wir zumindest der herstellung so gehen wir rein das speichert jetzt er landet kapalino wie ist das werte befinden ach ja ihr gehört sicherlich zur kämpfer gilde sehr gut ich freue mich schon auf die untersuchung faszinierend diese daedra äh er lande von alinor ich bin elante von alinor ja was hat es mit dem daedraschrein auf sich meine nachforschungen haben ergeben dass in diesen höhlen ein schrein zu finden ist ich brauche euch als begleitung zum schrein um eventuelle schwierigkeiten zu bewältigen ok der wanderer bitte bleibt in der nähe ich gehe lieber vor kann ich dir nicht sagen soll ich hier bleiben bis ich fertig bin ganz schön dunkel ok auf dem obs bildschirm äh ist er deutlicher zu erkennen hier auf dem eher weniger der drach alter ich kann mich nicht bewegen was bist du denn ich bin drehen sie dann los alter ich will mich wieder bewegen Achtung ich bin wer drauf alter jo ähm so ähm trinken wir mal das in dem Sinne, die wir wieder herstellen. Okay. Den Rest müssen wir mit Mana machen. Lass das er das. Der drei Herz, schade. So. Was hat der? Der drauf zahlt. Wo ist die Dame hin? Was hat das jetzt hier? Hat sich irgendwas... Okay, er ist alles wieder normal. Sollen wir gehen? Wir sind in jener Menge Schädel. Gucken wir mal auf die Map. Sie ist hier und wir sind da. Hier sind wir falsch wahrscheinlich gewesen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Schleitachs der Zersplitterung. Mist. Großer Seelenstein. So, äh, was haben wir, was wir nicht brauchen können? Was sind alle so viel wert? Lass das er das. Okay, neuer Weg. Ne, der alte Weg. Gut, ich geh schon mal vor. Ein Feuer-Tronast. Das geht noch. Zwei Feuer-Tronast. Nur Feuer-Salze. Brauchen wir aktuell ja nicht. Die Dame kommt ja noch hinterher. Ähm. Bitte heile dich. Ring der Schatten. Ähm. Und hat nun der drei Herz. Der Sündhaftigkeit. Halt sie dich? Ja, sie halt sich. Fängt der Hextrei, nehmen wir mal mit. Geht hier keine Puh. Ich geh mal weiter. Heil dich, bitte. Hervorragend. Ein schönes Beispiel für einen Daedra-Schrein. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeit, hierher kommen zu müssen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ähm. Ich möchte gern Demora-Langschwert. Wie sieht das mit meiner Waffe aus? Der macht 20 Schaden. Wiegt 44. Der macht 16 Schaden. Ja gut, dann lassen wir den mal hier. Könnte etwas Licht gebrauchen. Experten-Destilierkolben. Noch ein Däbra-Herz. Noch ein Dremora-Langschwert. Noch Mehl. Was ist das denn? Heil dich mal bitte. Ich denke, ich nehme mir diesen Schrein noch etwas länger vor. Ihr könnt schon gehen. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Bitte nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Äh, was hat... Also... Das passt sehr gut zu meinen Nachforschungen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich bedanke mich für eure Hilfe. Hab Dank. Der Dunkelforst ist nicht übel, wenn man sich an die Fliegen gewöhnt hat. Und daran, dass man sich ständig verirrt. Und an die Zombies und die Irrlichter. Okay. Nochmals, danke. Kein Thema. Ich muss mal hier reinschauen. So. Noch einen großen Seelenstein. Nice. Noch sind wir nicht überladen. Wofür das? Brookfields Hölle? Noch weiter rein. Sehr zufriedenstellend. Gehen wir mal durch? Landern wir noch hier und... Das wiegt zu viel, da können wir nicht mehr mitnehmen. Aber das können wir mitnehmen. Okay, aber... Ist nicht so viel wert wie die anderen Sachen. Schwere Rüstung hat sich viel besser. Nice. Nice. Und hier. Irgendwo ist etwas, was noch hierher kommen will. Oh, Dädrischen brauchen wir nicht. Die Dädrischen Waffen sind nicht gut genug. Ich ziehe irgendwo weiter? Hier. Ah, hier! Äh, mal gucken. Einmal alles vielleicht reparieren. So. Okay, das war teuer gerade. Magloser Saphir. Kommen wir hier denn raus? Autsch. Ich bin zu schwer belastet. Nein! Gut, dann heilen wir uns erstmal. Wie lange dauert das noch an? Da oben. Okay. So, dann... Wie heißt der Dremora? Kynre beschild? Und was ist mit dem? Der macht 15. Der macht 13. Dann nehmen wir den nicht mit. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Und... 12.154. Den können wir nicht mitnehmen. Was hat er? Ist das schon der Ausgang? Es ist ein Ausgang, ja. Und es ist schon dunkel geworden. Ja, jetzt erstmal wieder zurück nach Andel. Und da definitiv die Sachen verkaufen, die wir jetzt eingesammelt haben. Wir brauchen Geld. Wir wollen sehr viel Geld haben. Wo ist der Löwe? Ach da! Jo! Ich brauche zwei schwere Angriffe hintereinander zu machen. Ich will nochmal schauen, dass ich ein paar Sachen repariert fliege. Ich habe schon ordentlich Schaden gemacht. So. es dauert aber irgendwie bis wir eine neue stufe erreicht anscheinend ewig dann haben wir die jetzt magie haben wir nur 60 ausdauer dafür 289 und hier 318 ok zwei oder drei stufen müssen wir noch verbessern ok im sprung dieser animation finde ich gerade super jetzt müssen wir voll sein mit leben wir können aber auch extrem hoch springen die leben ist wieder voll was sagt die uhr 2 uhr morgens geht die zeit aber auch recht recht schnell ich bin so schade dass man es irgendwie immer noch recht schnell die bürger recht schnell dunkel wird ihr habt die hände eines heilers kann ich welchen stein ach der ist hier schönen tag der auftrag ist erledigt ihr seid fertig sehr gut gute arbeit gilden freund hier ist eure bezahlung für diesen auftrag wie ich hörte ist karahil eine mächtige illusionistin kein wunder dass sie die führende markierin hier in anwil ist habt ihr noch einen auftrag ich habe gar nichts für jemanden von eurem rang fragt doch burts grokasch in schadinal er hat vielleicht etwas geht und fügt irgendetwas schmerzen zu ja machen wie geht es euch ihr seht wie jemand aus so jetzt bin ich erst einmal irgendwie ein händler haben wo waren die händler nicht hier keine händler wo waren sieben stifter ja hier war der hier heißt das müssen wir jetzt erst einmal bis 8 uhr warten der himmel ist in ordnung dann macht er auf macht er noch nicht auf oder wie wenn wir hier noch einen anderen händler jemand ja muss ja meine waren ja nicht was ist was hat das eigentlich mit dem haus noch auf sich das war ja ein geisterhaus kann nicht geknackt werden ihr braucht einen schlüssel ich habe sie irgendwie irgendwo die möglichkeit da rein zu kommen oder hier irgendwo versteckte die irgendwo ein geheimgang der hat nur raus biniros der hat nur eine ding was hat da hinten da fehlt doch noch was zum erkunden vielleicht ist es da irgendwas noch versteckt hier ist rein gar nichts versteckt wie soll man da reinkommen egal ich suche mal den händler wieder was hat das hier noch mal ihr habt die hände eines heilers dankeschön kaputtes haus ich habe hier einige sachen die dich sicher freuen würden der tausend 200 volt ok nebenbei gebe ich dir das hier ab das hier langschwert des feuers breitachs der zersplitterten eine sünde weber würde ich gerne behalten den ein gutes geschäft so die seelensteine darfst du haben das klingt nach so den diamanten die marktlosen safire die smaragde ja alle drei das war will ich als ersatzschwert noch bei es war mir ein vergnügen euch behilflich zu sein ja ich danke dir schönen tag fruchtblätter warte mal schwierigkeiten für häuslichen frieden zu sorgen kommt zu morveins friedensschrifter beim anblick unserer streitkonten überlegen sich es sich eure nachbarn zweimal bevor sie eure ziege stehlen was auch immer die mir der ziege vorhaben belassenes haus was war damit nochmal balas 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 Kann ich damit nie was machen? Ich glaube nicht. Was hat er mit diesem Haus auf sich? Egal, ich würde sagen, wir reisen jetzt mal per Schnellrein nach Cedenal. So. Würde mehr Sinn machen. Nein, nicht die Waffe. Wo war die Camper-Gilte? Hier nochmal. Da. Ihr könnt nichts für mich tun. Was kann ich für euch tun, Grünschnabel? Braucht ihr Arbeit? Ja. Warum Grünschnabel? Ich habe etwas für euch. Könnte hart werden. Ihr müsst ein paar entflohene Sträflinge einfangen, ihr Anfänger. Gefängnisausbruch? Aus dem Gefängnis in Braville sind ein paar echt harte Fälle ausgebrochen. Seitdem terrorisieren sie die Bevölkerung. Die Stadtwache taugt nichts. Also übernehmen wir das. Auf geht's. Okay, was soll ich mit denen machen? Anscheinend sind es drei oder vier. So richtig übel, wie man so hört. Ihr kümmert euch um sie. Vielleicht habt ihr Glück und sie geben auf. Okay. Diese Gruyant-Garana ist wirklich eingebildet. Sie redet euch das Blaue vom Himmel herunter, wenn ihr nicht aufpasst. Okay. Findet die Flüchtlinge. Macht euch nützlich. Ja, machen wir. Braviel. Da ist der Ausgang. Darfst du mir etwa hinterher, oder wie? Was kann ich heute für euch tun, mein Freund? Kann ich etwas für euch tun? Warum hast du so ein Ding? Äh, Renat Germain? Er... Er lebt? Mir wurde gesagt, meine Mutter und mein Bruder hätten nicht überlebt. Das ist wunderbar. Ich muss sofort zu ihm. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich muss sofort los. Aber bitte kommt uns in Koroll besuchen. Es wäre wundervoll für uns beide, wenn wir euch dafür danken könnten, dass ihr uns zusammengeführt habt. Okay, habt ihr noch irgendwelche Gerüchte? Neulich sprach ich mit Dezan bei der Magier-Gilde. Noch nie war jemand glücklicher in der Gilde zu sein. Dieses Wiedersehen wird der glücklichste Tag meines Lebens. Okay, äh, ich würde dann nach Braviel eine Schnellreise machen. Apropos, okay. Braviel. So, ähm, Wurzgrok hasch hat mir aufgetragen, einige Grenzausbrecher zu finden und zu töten, die in Braviel unwesentlichen. Es soll nach Braviel gehen und mehr darüber herausfinden. Ja, ich quatsche mal mit den Leuten hier. Es tut mir leid, aber ich bin niemand, der gerne Gespräche führt. Geht jetzt, bitte. Wer ist das? Ungolim, wie ist der? Wo sind die Leute? Sind die alle schon schlafen, oder wie? picket noch. Oh, das ist wunderbar. So. Pennen wir mal 7 Uhr. 8 Uhr? Entschuldigung, ne doch, sieben. Dann fragen wir mal die Leute hier. Da haben wir jemanden. Kann ich euch helfen? Ja, äh, wisst ihr was über die Flüchtlinge? Natürlich habe ich von ihnen gehört. Erzählt niemandem, dass ihr es von mir wisst. Aber man munkelt, dass sie sich in der Blutmain-Höhle versteckt halten. Vier von ihnen. Das sind unerfreuliche Neuigkeiten. Okay, äh, noch irgendwas dazu? Ich wünschte, ich könnte euch mehr Hinweise geben. Aber leider weiß ich auch nicht mehr. Okay, wir kümmern uns drum. Lebt wohl. Dann wissen wir, wo die sind. Vier Flüchtlinge. Also, Ausbrecher. Wer hilft einem alten Becht? Bei hoher Geschicklichkeit wird ihr nicht so leicht niedergestreckt. Das konnte ich jetzt zu Ende lesen. Bitte mal hier. So, Karte. Gut, meine Höhle. Okay, wir müssen den Fluss hier entlang. Ah, es hat wieder volles Leben. Aber ich lasse ihn mal hier. So, jetzt konnten sie mal rüber. Und erledigen wir mal den Bären. So, wir müssen ihn da entlang. Wechseln wir hier noch ein Panierenwurzel für Senderion. Was ist ein Stein? Das ist ein Stein. Hier gibt es keine Nierenwurzel, oder? Doch, da ist ein Nierenwurzel. Da haben wir eins. Mit Abfall und Nierenwurzel. Jetzt fehlen nur noch vier. Ihr habt hier von Blutmane Höhle. Okay, ein paar sind hier. Wo genau? Und? Okay. Ich würde schon ein bisschen größer zu sein. Oh, die haben hier fallen. Aha. Hier ist eine Tür. Wie öffne ich die? Das war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler. Ich habe auch Wolfgar gefunden und getötet. Ich lasse das mal. So, den nehmen wir mit. Reparatur haben wir. So, da geht es weiter. Geht kein Durchgang. Wo bleibt eigentlich unser Vererder? Der müsste eigentlich schon längst wieder re-gespawned sein, oder? So, Glaspfeile. So, Glaspfeile. Das war ein großer Fehler. Ja, wir können rasten. Ich habe Aschanta gefunden und getötet. Das ist Aschanta, okay. Damit 840. Das will ich noch mitnehmen. So, das nehmen wir mit. Komm, wir pennen mal eine Stunde. Okay, Schnelligkeit können wir drei Geschickigkeiten oder drei. Und Stärke machen wir noch mal. Drei und zwei. So. Da ist noch eine Tür. Was? Labyrinth stimmt da? Blut, Blut, Mähne, Höhle, Labyrinth. Das war ein großer Fehler. Ihr hättet uns nicht holen sollen. Der eine hat von uns mitbekommen, aber... Das war ein großer Fehler. Da ist er. Ich habe Drähtleih gefunden und getötet. Ebenholzbogen. Und ich habe gerade noch von ihm gesprochen. Wann ist er da? Ebenholzpfeil. Eisenpfeil. Zu wenig Wert. Das war ein großer Fehler. Ich glaube, wir müssen nicht hier durch. War hier nicht nur eine Tür gerade? Wie ist denn da? Okay, wir müssen hier lang. Und das eine ging ja nur hier hoch. Und dann in diese Löcher. So, ein neuer Hammer. Perfekt. Apropos Hammer. Wir müssen mal wieder reparieren. Gehe ich mal von aus. Was war das? Ich habe Enrion gefunden und getötet. Der hat was wert. Ich habe nun alle Flüchtlinge getötet. Da ich nun alle Flüchtlinge getötet habe, sollte ich für meine Belohnung zu Wurzgrokarsch zurückkehren. Der hat aber nichts vom Wert. Abgesehen von dem Dolch, das er hatte. So, das nehmen wir mit. Gibt es hier oben sonst noch was? Nö. Doch, hier. Von hier kamen wir, oder? Ne, wir kamen von da. Wo führt der Weg hin? Ah. Okay, dann wollen wir jetzt wieder zurück. Oh, hier ist schon direkter Ausgabe. Perfekt. So, wollen wir dann per Schnellreise zurück nach Cedinal? Wie lange will er noch? In dem Spiel gibt es keine Kinder. Die können nicht hungern. Nach dem Satz, der er kennt man. Und weg ist er. Oh, hallo. Ich habe gehört, die Handschuhe des Kreuzritters seien aus der Kapelle in Korol. Wo ist da hinten? Was? Absolut nicht. Glaubt ihr den Erzählungen, nach denen sich überall Oblivion-Tore auftun? Ach, hier ist er. In der Tat. Solltet ihr nicht den Bravil sein? Ihr habt da einen Auftrag zu erfüllen. Warum sprecht ihr mit mir? Weil der Auftrag erfüllt ist. Ihr habt sie alle erledigt, oder? Und ihr seid noch am Leben. Ja. Fantastisch. Ihr überrascht immer wieder. Hier ist eure Bezahlung. Gute Arbeit. Warum überraschte ich? So, wie sieht es mit meinem Fortschritt aus? Ihr habt gute Arbeit geleistet, obwohl ihr unter großem Druck standet. Man hat mir die Genehmigung gegeben, euch zum Wächter zu befördern. Gute Arbeit. Nice. Hat ihr noch einen Auftrag für mich? Ich glaube, Orain sucht euch schon wieder. Begebt euch nach Korol und sprecht mit ihm. Okay. Wie sieht es mit Reynald Jemane aus? Reynald Jemane? Nein, ich kenne niemanden mit diesem Namen. Aber es gibt in der Stadt hier einen Gilbert Jemane. Vielleicht kann er euch helfen. Okay. Er logiert in der Neulandschenke. Aber ihr könnt ihn auch beim Spaziergang durch die Stadt finden. Viel Glück. Okay, den hatten wir schon. So. Habt ihr Gerüchte? Hey. Seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja, ich bin die Heldin von Quatsch. Das heißt, dass König Hellseht sich mit dem Haus Drees verbündet hat. Hellseht hat sich mit dem Haus Drees verbündet? Mist, jetzt war ich zu schnell da raus. So, wo hatten wir nochmal einen Händler? Ich will noch ein paar Sachen verbrauchen. Was sagt die Uhr? Okay, der müsste hoffentlich noch aufhaben. Bitte hab noch auf. Ja. Schönen Tag. Äh, ich möchte Handel. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Nö, ich kann dir aber etwas von meinen Waren zeigen. So, die hat 1000 Gold. Durch das ist Splitterung. Den hier noch. Glaslangschwert. So, den hier. Das ist ein echtes Schnäppchen. Wenn du meinst. Den darfst du haben. Nierenwurz haben wir 16 schon. Äh. 29, 20, Morgenstern, Volume 1. Brauche ich nicht. Das ist ein echtes Schnäppchen. So, hier die Goldnuggets darfst du haben. Mehr habe ich nicht. Von Verkaufen, für sie. Okay. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Den Sündeweber müssen wir noch verkaufen. Äh, einladern. So, dann würde ich jetzt aber nach Koroll eine Schnellreise machen. Und mal gucken, was Ormaine von mir will. Beziehungsweise, was würde ich dann in der nächsten Folge machen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, 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 ich bin's. Amen. Amen. Amen.